Sehr gut, schön. Die Flagge danach ist dann im Süden, ist auch rot markiert. Aber da haben die bestimmt schon gebaut. Na dann umbauen wir es halt. Ich probiere es mal hier als Sportdiener. Habe ich selber einen Brief so gemacht, muss ich dazu sagen. Wird schon so wie ein Wahnsinn. Das ist die für tiefen BMP auf der anderen Brückenseite. Überhalb von Felsen, würde ich sagen. Ja, der Bradley, glaube ich. Habe ich. Ja, ich sehe noch 285. Fast 3 Viertel durch. Nice, okay. Okay. Der feindliche Strider ist ungefähr H884. Auf der Straße. Norden vom Punkt. Sieht aus, als ob der Richtung Brücke kommen will. Ja, da hinten wo der Strider-Feind war, da ist auch Kontakte. 93. 90. Kommt Leute, go, go, go. Hier runter. Und Rallye bitte, Chef. Wir können jetzt auch Mörser-Unterstützung vom Radiotower ausgeben. Guck, wir können ähnliches gegen das Ding machen. 250 Strider plus Infanterie. Strider fährt auf die Brücke. Ich weiß, jemand mag Klugscheiß, aber das Ding ist Stryker. Das ist ein K. Achso. Stryker. Entschuldigung. Er kommt über die Brücke. Er wird die Brücke beworben. Er kommt über die Brücke. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 3. 2. 1. Das ist in der Richtung Fertig Fertig Schuss Nein Wartle Fertig Total überfordert Fertig Ok, ja Hat jemand gestanden vor dem Striker, der uns gerade bekämpft hat? Er hat sich so angehört, als ob der wieder zurückgefahren ist Der ist zurück, er war schwer getroffen Hey Chef, du musst nachrücken hier auf die Flagge. Wir brauchen euch. Der Stryker steht an der Brücke. Linker oder rechter Fluss, Alter? Linker oder rechter Fluss, Alter? Linker. Linker. Chef, hast du dich re-supplied, dass du wieder einen Rally setzen kannst? Habe ich gerade mitbekommen, ich komme gerade rüber zu euch. Nice. Oh, die Hub ist disabled, komm direkt auf mich zu, dann setzen wir hier einen Rally. Super zu mir, lass die kämpfen, komm zu mir. Wie ist er denn? Komm zu mir, ich setze mit dir einen Rally. Ja, er hat den Abweg. Wir sind zu viel Scheiße auf der Karte, dass man auswählen kann. Ja, ich freue mich mit dir auf ein bisschen. Ich versuche es raus. Ich versuche es auf die Region 7 Uhr. Ich versuche es nicht. Ich versuche es nicht. Ich versuche es nicht. Das war's für heute. Hallo Hallo Moin Squad 4 Okay, you're defending radio tower, okay Bitte mal kurz wiederholen, ich konnte dich nicht verstehen Wir müssen Egos Homestead angriffen, bitte Wir geben von hier Mörser Unterstützung Okay, copy Das ist gut, und wir müssen auch rüber Fortification verteidigen Thank you very much Der Striker ist direkt bei mir Ates in die Mörser Deine Mörser sind zu kurz, ich markiere die mit einem Hubschrauber Wo sie landen, deine Mörser Markiert Wir haben Fonification in hier Sorge doch einfach den besten Fotoflager, ich komme Oh, das ist der Bradley Ich bin hier Das ist der Bradley Mörser Ich habe die Feindfob gesehen Die haben hier die Bays in IWA drin Ist markiert Wir haben wieder Infanterie an Radio Tower Okay Can I see you? Squad Leader, set's not off, dino positional ammo creator Can you drop an ammunition box, please? Here, in my position, please? Here, speed Ammunition box Ammunition box Bin dabei Der braucht munition Die findet die unter dem T-Menü Dort wo die App drin ist Ich will dich ja nicht hetzen Aber du hast ja zwei Fahrzeuge, danke Ja, sorry Ist nicht so einfach, wenn man das alles suchen muss Oh Gott jetzt Das gut ZD 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 Ä j ZD 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 FD Auf dem Platz ist die Sprengstoff drauf Helikopter Kreisman, don't come to us, we are doing a secret fop here, we don't want one Gegner aus Norden, da ist ein ganzes Kahn unterwegs Is there infantry pushing in from the north west of Riven? Copy Eliminate a threat, I'm building an attack fop now Squad 4, you made an excellent job, the enemy have on Igor's homestead is totally gone Echt schwierig, ne? Echt schwer hier Hat jemand Infos darüber, wo die feindlichen Mörser stehen? Ja, ich hab sie gehört und gefunden, aber ich kann sie nicht akkurat markieren, also irgendwo in dem Bereich Uhh, Jungs, wir sollten hoch die Mörser ausschalten Bei meiner Position an der Straße ist der Abrams im Süden Feindlicher Abraham Ja genau, korrekt markiert Auf Bravo Südlicher Vertriebe vor der Kation Abraham Leute, Norden Bei 350, hinter den Bäumen, da ist einer Ah, Sniper Kann ich den markieren? We're capping Homestead, we're capping Homestead Ah shit, der hat mich 50% towards neutralizing Igor's Homestead Oh god 50% towards neutralizing Igor's Homestead Meine Fresse Alter 30% left on Homestead before neutralizing Der Stride steht jetzt etwas mehr im Fluss näher Äh, der, der Ich meine, der Abrams Ja, ich hab den Visier gleich, im Moment Ja, ich hab den Visier gleich, im Moment Ich weiß nicht, siehst du da oben irgendwo Mörser Ja, ich hab das Radio gesehen Ja, ich hab das Radio gesehen Okay Das Radio ist direkt vor mir im Haus Direkt is it I will use airstrike on the M1 Abraham I will kill it, now Der ist auf jeden Fall daun, und der Strider Copy Hat zwei Schüsse abbekommen Wir müssen schauen, dass wir irgendwie da durchkommen und oben die Mörser ausschalten, weil die zerficken uns gerade richtig. Weide down hier. Nur noch der Fahrer drin. Und alle, die jetzt hier sind, bitte zum Move-Marker durchkämpfen. Schauen, dass wir die FOP-Web wegbekommen, so wie das Radio und die Mörserstellung, weil die zerficken uns überall im Moment. Squad 1, there is some tank around you. Das ist doch nicht... Schieß mal einer... Oh, fuck. Bist du down? Ich glaube, da kommt eh gleich ein Airstrike drauf. Ja, der versucht, die sonst hochzuholen, die anderen. Ich habe die anderen down geschossen, da ist aber noch der einer drin. Also, okay, warte, warte, ich schaue schnell nach. Der versucht, die da vielleicht zu reviven. There are two enemy choppers. Abraham, destroyed. Das ist gerade... Er ist direkt auf Flunk. Nice. Es war jetzt überhaupt nicht spannend, aber ich bin hier... Also, ich bin hier gerade total überfordert. Good job, Kais, man. Und russ an Outpost. Yeah, they didn't build it up yet. We can't rush them. I killed everyone except one, and they didn't build up the hub yet. I need support. Is there a new target for murders? Uh, can you murder move mark? What am I? Seven? There's enemy here, but it's not built up yet. Okay, confirmative. Well played, everybody. We're capping Igor's homestead. Got it. Squad 7 radio is marked. It's in the shed. Ah, f*** off! No mortals, please. Go it. dann reden sie noch englisch muss englisch so geil kann ok, ihr müsst bescheid sagen wenn wir feuern sollen mit Mörser ja, ist gut, wir haben Autos, wir haben Autos unter Kontrolle, wir haben die letzte Flage, es ist neuerlich neutral und ja, ich denke, es ist gg es ist gg, Leute gg ab direkt vor mir ich bin in der Hub ah, ich bin da unten, schade das ist die letzte Flage, russische Outpost ja, das ist lost gg gut gemacht gut gemacht gut gemacht gut gemacht guck mal, was passiert äh habeposition vom Striker er fährt grad den Punkt Egos Homestead rauf die Straße aufs Mörser aufs Mörser noch nicht noch nicht müsste aber gleich ich äh äh ich äh dank dir dank dir äh wie kommen die Mörser die kommen recht gut die kommen recht gut gg 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 haust rein tschüss 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 gg